Ich bin im Kanal heute mit Timo, Gandalf und K86Kin. Wir spielen 250 gegen 50, weil ich will meinen Killrekord knacken. Im ersten Stream von heute hatte ich eine 8-Kills-Runde und danach musste ich leider auf und konnte gar nicht mehr spielen. Bis jetzt und das ist meine erste Runde. Hoffentlich rasiere ich wie vorhin, Digga. Ja, let's go. Und hi, ein Zuschauer. Oh, und hi, zwei Zuschauer. Ich würde sagen, wir markieren bei Dacia, aber landen bei Retail. Timo, you know. Vorhin, ne, haben wir auch so gemacht. Alle zu Riedmiss gehen, okay? Ja, okay, das soll machen. Ey, Digga, lass mal so machen. Wenn ihr weet die alle an, also ihr damaget die alle an, Digga, und ich kill die, dann geht mein Killrekord schneller. Dann können die von euch auch eure Killrekorde machen. Aber bei Timo, die erkennt, bei dir sieht man es ganz an, dass ein Killrekord fünf Kills sind, Digga. Ey, Timo, ist dein Killrekord wirklich fünf Kills? Hä, dann habe ich den Killrekord ja vorhin in dem Stream schon gebrochen. Brr. Hä? Digga, fünf Kills in 50-50 ist eigentlich voll easy, ne, wenn man so dran denkt. Okay. Ich komme eh gleich, warte. Nur noch kurz Möbel ab, und damit ich ein bisschen gemetze. Bruder muss los, ich habe keinen AR, Digga. Und du bist schon da. Ja, ich komme, warte. Ich habe halt keinen AR, das ist das Problem, Digga. Hab, der hat eben... Ja, hier, ich bin hier. Den Biggi kannst du nehmen. Ich habe schon einen Biggi. Oh, Ehrenbruder, Digga. Ja, er soll mir auch Muni geben. Alter, Ehrenbruder, Digga. Okay, Jungs, ich komme. Oder ne, kommt ihr doch einfach kurz noch zu uns, Digga. Ja, der auf dem Dach. Tür anhalten, bitte. Tür anhalten, bitte. Ah! 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 Achso, ich! Wie das aussieht, wenn du das mit der Pigex machst, Digga! Der Bruder muss los. Der wirft so die Pickaxe mit, so halb, Alter. Ja, okay, ich steig ab. Ich muss Matz fahren, Digga. Ich hab absolut 500 Matz. Ich seh den Gegner, ich seh den Gegner. Jungs, das war für mich die Kills. Ich komm. Jungs, lenkt den ab, lenkt den ab. Jungs, lenkt den ab, ich komm. Jungs, lenkt den ab, ich komm. Ich komm, ich komm. Ich komm. Was wurde? Ah, da. Bleib stehen. Ich komm. Das war's, ich will nicht, ich will. Ja, hier komm. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Hier sind so viele, Jungs. Jungs, ich hab schon zwei genockt. Boah, angehittet, Digga. Bruder, muss los. Kimmel, komm. Da liegen überall Midis. Und Minis liegen da auch. Wart von hinten. Boah, komm, Boah, Digga. Ich bin halt absolut fast tot, Alter. Holt die mal auf den Berg. Ich hab vier Stück genockt und einen Kill. Bruder, muss los. Was? Yep. Ich bin halt einfachsträger. Ich bin gleich sk Was ist das? Was ist das? Was ist das? Boah, Dicke, Mann, Mann, fünf Kills. Lass uns kurz schützen, weil ich verletzen die alle gerade. Dann kriegt man mehr XP. Ich habe gerade null, aber egal, Dicke. Ich schaue den jetzt noch zu weit, dann kriegt man mehr XP. Nein, Mann, das blockt sich viel mehr. Nein, du wirst einfach so weiterspielen. Dicke, der hat voll die Soundbugs. Der hat zwei Kills. Er ist tot. Mal sehen, wer noch fünf Kills hatte da mehr. Ja, niemand. Die haben alle null Kills, Dicke. Bruder, muss los. Ja, aber der ist gleich tot. Der hat absolut 63 Kp. Ich sehe, es sehen noch fünf Leute von uns. Der hat Fußballer, ich bin aber, ich spiele wie ein Nose-Skin, Dicke. Ja. Hey, hast du doch schon gestern gesagt. Du. Das hat zwei Leute noch. Ja, einer noch. Als ob City das ist. Ja, gleich haben wir nicht Platz frei, weil einer left it. Welche Spitzacke? Neue, diese neue da. Welche Spitzacke haben wir nicht? Digger Was baut der bitte Digger Loll, wenn man Teammates wiederbelebt, kriegt man 30 XP Ja Was hast du geschafft? Und jetzt hast du wieder Bock auf Fortnite Ja Also mir fehlen jetzt noch 10.000 Ja, ungefähr Bist du der Einzige aus deiner Familie, der wach ist? Nein Jungs, lass dir das erste Mal keiner bei Retail gehen Ihr wisst Bescheid Suleimando Damit da weniger Leute hingehen Ja 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 Jungen Was macht das? Oh mein Gott. Der Hängegleiter von Drehzahl ist ja mal übelst krank, Alter. Timo, du hast die doch auch schon, Digga. Wie findest du den Hängegleiter von Drehzahl, weil du hast die ja auch schon, Digga. Nein, von dem will wir 23 gehen. Das ist ja das schwarze, da der zwar aussieht wie der Level 100 Hängegleiter von Drehzahl. Wie fandet ihr meinen Aim? Jungs, wie fandet ihr meinen Aim? Ey, Timo weiß, warum ich immer früher so schlechtes Aim hatte, obwohl mein Aim früher schon übelst krass war. Echt? Geh wegen Auto-Aim. Ja, Mann, Digga. Und jetzt halt trotzdem übelst krasses Aim ohne Auto-Aim, Digga. Und jetzt hab ich noch krasseres. Ja, ich glaub, wenn die Sony-Jungs nicht, die ist bei Lazy-Town. Hat die... Ah, Chips. Bobo, gib mir den Kill. Ah, Timo, hat die schon. Oh, Mann, Digga. Was? niemand ich versuche jetzt diese maske zu bekommen dann geht vielleicht aber wahrscheinlich nicht für heute habe ich zwei ziele für heute habe ich zwei ziele erstens diese maske und zweitens meine er mein killrekord dicker absolut elf kills ist es übelst schlecht digga die moge elf kills als killrekord ist kacke elf kills als killrekord ist scheiße ne das ist übel schrott jetzt wenn man in diesen ich spiele schon seit season 1 ich ich habe marco digga ich habe marco dings hängegleiter wiss marco hängegleiter wisst ihr was es ist hängegleiter marco hängegleiter das das habt ihr locker alle nicht das ist der seltenste hängegleiter in diesem spiel den hat man in season 1 bekommen wenn man level 25 erreicht hat echt hast du den marco ein hängegleiter digga ich spiel seit anfangs season 1 ich durfte früher noch nicht pain dick ne ich habe kein schwarzen ritter digga ich habe kein schwarzen ritter leider nein ich habe ich wollte die mir eigentlich schulen am anfang aber als sie dann noch mal als sie dann noch mal in den shop gegangen ist habe ich mir die nicht mehr geholt weil dann die war ich nicht mehr selten danach digga welches gehen welches gehen ist doch nicht übelst auf dem shop der war jetzt dreimal im shop drei viermal weißt du pasken zwar 10 mal 15 mal im shop digga und der zeichnet ich war der typ da drückt bin ich als tasse nimmer wo gegner wo gegner wo digga der nightrider skin sieht aber schon geil aus digga man unterschätzt den voll aber der ist ja übelst krass digga wo gegner digga last ist meine wo gegner wo gegner wo gegner da sind zwei da sind zwei die 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 ja einen habe ich ja ich habe ein kölbis fertig ja ich habe auch mir die du musst du nicht geben schild ich komme simon Ah, hier liegen Minis, geil. Ja, ich hab bloß Sack übergehört mit der... Ja man, das war ein Lappensicker. Ja, ich komm. Uh, Digga, ich kann doch... Äh, Digga, nur noch 11 Kills, ne? Uh, unsere teammates verrecken. Aber wir unsere teammates verrecken, Digga. Wuiwati 18... Wuiwati 18... Wuiwati 18, fickt die alle, Digga. Da sind die alle Gegner, Digga. Einer ist Hit, Digga. Digga, ich push da doch nicht rein. Ich will doch nicht leben. Ich will doch nicht leben. Digga, Digga. Hey, ich kann nicht spawnen, Digga. Hä? Hä? Ja... Drei... 250er Pin, Bruder. 300er Pin. 25er Pin. Ich guck jetzt mal, wie die alle verrecken, Digga. Digga, was hat denn wir bitte für ein Team? Was für dich, Digga, ist da absolut noch keine Ahnung, wie viele Gegner gelebt. Ah, hier noch eine Dance. Erdbeerpfoten. Joinen wir mal, Timo. So ist das. Jetzt schon. Oder nee, Joy nicht. Das Spiel ist gut, aber wir wollen doch 50-50 spielen. Warte, ich lade dich ein. Hast du meine Epic Games Anfrage angenommen? Warte, ich schicke eine. Wie heißt du? Timo H? Ah ja, jetzt habe ich es gesehen. Also, Timo unterstrich H unterstrich 04. Saulo, wir spielen 50-50, wenn du mitspielen willst. Ja, tschüss. Warum? Der ist mein Freund. Hier habe ich beide eingeladen. Saulo, du weißt, was du sagen musst, wenn du in meine Party reinkommst und wenn Hüseyin drin ist. Saulo, du weißt nicht, was für Schuhe ich bekomme. Welche Schuhe bekommst du? Amix 97er, du Spartaner Bitch. So, welches Level bist du? 26. Ich bin 11. Aber ich werde 12. Ich werde 12. Hä? Der labert doch. Der war vorher noch Level 23. Saulo, was ist mit den anderen? Okay. Mit Zeltan und so. Wer hat eine eigene Party? So, ja, welches Level bist du? 26. Ach so, Battle passt 23. Ja, und normal? 26. Passt 27. Ich bin 27. Ja, wow, mir fehlen noch 1000 XP. Bis zu Level 28. Get rekt, man. Sollen wir danach ein bisschen Normal-Team spielen, weil da macht man eine XP, Digga. Ja. Oh, Lamy. Oh, stimmt. Hier ist ein Laden. Ey, Saulo, ne? Dieser Hängigleiter von dem Skimm ist so geil, alter. Welchen? Der von dem Skimm, den wir gerade beide benutzen. Hä? Den hast du gar nicht, den Skimm. Doch, den hab ich. Ach so, nein, den nicht. Sonic Erreizung. Diesen Knight Rider-Skin meine ich. Von dem der Hängigleiter ist geil. Hä? Das ist doch der gleiche wie bei, ähm, am Limit. Digga, hast du mal, du musst den, hast den überhaupt schon gespielt? Ne. Spiel den, der ist so geil, Digga. Ich schwöre, der ist geil. Wallah, der ist geil, Digga. Weißt du, was ich an Dings feiere an, Monte? Was? Immer wenn der so sagt, heidelahm. Der sagt, das ist so komisch. Monte, immer wenn der so sagt, heidelahm, der sagt das immer so komisch, so heidelahm. Ich feiere seine Storys und seine Lacher, Alter. Ich feiere immer, wenn der Real Talk macht oder wenn irgendjemand Scheiße im Chat schreibt und danach der irgendwas labert mit, ja, gib mir die Nummer von deiner Mutter, dann kann ich sie weiterfetzen. Ja, Mann. Mach der irgendwann. Das feiere ich halt. Da wird Pistel weg mit der Schrotze. Da wird Pistel weg mit der Schrotze. Salu, was sagen die dazu, dass ich Hüseyin mit Forthand aufhören wollte, weil kein Double Pump mehr geht? Wer? Hüseyin, also Harpro. Ey, Abdel verkauft seinen Account frei. Für? Keine Ahnung. Hat der Schwarze Ritter? Ja. Ich kaufe ihn ihm ab, Digga, absolut. Digga, der hat gesagt, ey, auf jeden Fall über 300 Euro. Ja, nee, dann kaufe ich ihn doch nicht ab. Tschüss. Ey, Sylle, was hast du für einen Ping? 40er Ping. Wie, Junge? Ich hab einen 101er Ping die ganze Zeit. Digga, ich hatte gerade eben, da hat mich so einer gepusht. Ich hatte am Anfang 20er Ping, dann hatte ich 300er Ping. Ich hab die nicht mal mehr gesehen, Digga. Guck. Das ist bei mir die ganze Zeit so. Guck, ich stand hier so. Warte, ich komm mal zu dir, warte. Ich zeig's dir dann. Warte. Guck. Ich stand hier so Solo. Die Gegner waren da ganz weit weg. Hier. Guck mal. Die Gegner waren hier. Ich war hier. Ich aim so auf die. Auf einmal sehen sie mich. Ich schwöre, 20 Leute gehen auf mich drauf. Von 20er Ping geht's auf 350er Ping. Ratouille, ich seh den nicht mal mehr. Digga, ich konnte nicht mal mehr schießen. Ich konnte nicht mal mehr bauen, Junge. Brrr. Frag Timo, der hat zugeguckt. Ich auch. Ja, und K86 King auch, also History. Söler, wann löst du eigentlich die Verlosung auf? Montag. Ich hab gedacht heute. Ähm morgen. Nein, Montag. Ich hab Jumper. Ach so, wir sind in der Zone. Ja, okay. Salo, lass richtig auf safe spielen, damit ich mein Clear record machen kann. Ja, dann müssen wir aber nicht auf safe spielen. Ja, doch. Wir müssen einfach Schwitzer spielen. Ich kann eh keine Kills machen mit einem 93er Ping. Ich brauch 12 Kills, um einen Clear record zu brechen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist so, Digga. Es liegen noch 43 Leute. Oh, da ist sogar einer. Ey, da sind Gegner direkt vor dir. Ja, ja, ich seh's. Ich hol die easy, Digga, mit meinem Kranken. Ey, warte. Ich mach denen mal ein bisschen Angst. Hier. Hier. Ja, oder? Schieß! Schieß! Ich versuch den Team mit abzuglocken. Ja, schön. Schön. Ja, was ist? Da ist noch einer. Hallo, hörst du den? Also K86-Kin. Oh, Auto, Digga. Ja, Auto, lass mal drinnen. Da ist aber niemand mehr dran. Lass mich drinnen. Wann kannst du schießen? chill, hier kommen welche da kommen 3 Stück hab einen von denen Timo, eliminate mal einen von denen ok, wir sind hier zu wenig nein, was? Timo, Timo wir sind hier zu viel Bruder, ich hatte 3 Kills warum hast du gesehen, wie der sich durch die Wand geglischt hat ah ne, du warst noch nicht tot sehr egal sind die irgendwie blind oder so? haha 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 nein, der Nuss der Nuss der Nuss äh, nein mal Sahlo, sollen wir normales quatsch spielen oder weiter 50 50? ja, ist mir egal, ich nehme jetzt mal den Hängegleiter oder wie du hast hast lassen wir noch bis denn 50 50 bin, damit ich vielleicht nochmal einen Rekord machen kann Ja, Digga, zwölf Kills im Squad, weißt du, wie schwer das ist, Digga? Ich hab das mal im Solo-Squad gemacht, fast. Ja, Solo-Squad ist auch einfacher, weil da deine Team jetzt nicht kommt. Alles klar, wahrscheinlich ist Solo-Squad einfacher. Ja, also, wenn man voll viele Gegner auf dich draufkommt. Mach erstmal einen Win in Solo-Squad und dabei noch elf Kills, Alter. Hattest du das? Ja, einfach. Ja, hatte ich. No way. Ich hab den letzten Enden wie zwanzig HP geh- äh, oder so. Ich hab aus Versehen die Lüge-Squad vor allem gemacht. Noch 500 XP, dann bin ich Level 28. Noch 600 XP, dann bin ich Level 27. Ey, Solo, wir beide können's doch noch schaffen, jetzt heute die Maske zu bekommen. Man muss Mitte Level 29 sein, Digga. Das ist schon, der Lacka hat die Maske einfach schon. Ja, ich weiß. Ey, lass mal hier landen, Alter. Wo? Wo? Ja, Retail. Bei dieser Randstrecke. Genau, bei Retail. 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 Ich land... Warum nicht bei der Rheinstrecke, denn ich geh mir da jetzt ein Auto holen. Weil ich immer bei Retail lande, bei 50-50. Frag Timo. Gert Timo, ich lande immer bei Retail, äh, in 50-50 auch. Hol mir ein Auto und Blutstein nach mir. Alter, der Hängegleiter ist ja wirklich geil, der kommt ja an der Seite so frei. Ja, Mann, Digga, ich schwöre, dass... Ja, nein, nicht von dem. Von diesem Level 23 Skin, den Hängegleiter bekommt man bei Stufe 22. Mann, jetzt habe ich keine Kachel. So, du weißt, was ich an meinem Haus feier. Von was? Weißt, was ich an diesem Haus feier. Von welchem? Bei dem, wo ich gerade bin, bei meinem Lieblingshaus im Retail. Ja, was weißt du daran? Digga, immer wenn ich in 50-50 die erste Kiste aufmache, die auf dem Dach ist, Digga, ich kriege immer eine Sniper raus, Alter, ohne Scheiß. Rat, wenn du von Sniper redest, Alter. Entweder, jetzt, gerade habe ich ein Jagdgewerb bekommen, absolut. Ich habe gerade in genau der gleichen Sekunde auch ein Jagdgewerb bekommen. Ich habe es aus der ersten Kiste gezogen, du. Brrrr, Zucker. Au. Und ich habe sogar vier Biggies. Was, vier Biggies? Ich habe sechs Minus, ne? Und zwei habe ich gerade getrunken, ne? Ey, da grüßt einer mit dem Auto rum, wie so ein Gestörter. Der fährt da den Berg runter, ist der bestimmt? Bei mir sind Gegner, Digga. Ey, ich kriege einen Biggie, wieso redet denn nichts? Warum redet? Ja, bei mir sind Gegner, Digga. Ja, bei mir sind Gegner, Digga. Der Teamate, das will ich nicht. Ab ihn. Ab ihn. Nein, es war nur einer, Digga. Das war es auch schon mit seinem Leben. Und für mich ein Freakill. Hier sind ja nicht mal... Guck mal bei deinen eigenen Einstellungen, ob du da irgendwas eingestellt hast. Weil... Weil... Weil hier sind ja nicht mal... Hier sind ja nicht mal Gegner. Weiß, das ist... Das Ding. Salu, kommst du zu uns? Ja, ich komm. Ich hab aber keine Karate. Hallo, du hast Karl 86 Kind gestimmt. Äh, entmüte den mal. Hä, hab ich den gestimmt? Ja. Und warum hab ich? Das ist history. Okay, hab ihn entstimmt. Er hat dich entstürmt, jetzt hörst du den. Ah, danke. Wer hat Schott noch nie? Ich hab 13. Ja, egal, ich hab jetzt auch 13, das reicht. Ich spiel die nie, weil die passt nur zu Zoe, aber ich hasse Zoe. Die sind so wie. Die ist so wie. Die ist so wie. Zu welchen? Die ist so wie. Die ist so. Guck mal an, bis wir sind filmen. Hallo, hinter dir. Was ist so wie? Ich hol mich ab. Warte, ich springe auf euch drauf, ich springe mit euch drauf. Dann können wir zu dritt fahren. Warte. Nein, nein, geht's. Du darfst uns, du musst an die Seite springen. Nein, scheiß drauf, die geht es absolut schwer. Warte, warte, geh. Okay. Ehrenbruder. Oh, jetzt kannst du es denn. Oh, falsche Richtung. Kannst du in die andere Welt, no time simple. Danke. Bitte. Geh, den Tag! Ja, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht. Oh, doch! Oh, das liebelst viele Gegner. Let's go, Salu. Ich tanz den Hype, Digga. Weil wir die jetzt ficken werden. Fahr nach rechts. Oder wir sterben. Ja, ich geh nach rechts. Tschüss. Ja, komm, ich... Fahr dich. Zille, komm her. Fahr dich. Die verrecken ja alle. Was sind das bitte für Gegner? Einer hat's hit. Tuh, der ist abgehauen. Wir brauchen die Karre. Ja, ich schaub doch grad hin, Digga. Auf zur Karre. Lass mich fahren, Sinne. Dann kannst du hier rausschießen. Oder lass es mir zimmer rücken. Oh, unter uns. Sticky Nate unter uns. Oh, Junge. Was ist los mit dem? Was hat der für Aids? Ja, von links. Von links hin nach. Zille, komm rein. Zille, komm rein. Komm schnell. Steig doch mal hin. Nein. Ich hab dir gesagt, steig ein. Jetzt muss er weg. Geh zu den ganzen Teemates. Geh zu den ganzen Teemates. Wir sehen hier ein paar Teemates. Komm mal her. Ja, Digga. Ja, Digga. Let's go. Wir kommen. Ich komme mit einem Teemate, der hat ihn doch geglaubt. Oh, Digga. Nein. Für uns. Nein. Ja, da wird nicht um zugegeben. Aussteigen. Dann ziehe ich mich auf die Fläche hin. Ich habe eine Million Leuten einen Hitmarker gegeben, Digga. Äh, wer wirft hier die ganze Zeit mit seinen scheiß Dickies? Da geht's nicht, der... Oh, der vielleicht. Direkt vor, da ist auch einer. Oh, guck mal, wie die da angerannt kommen. Digga, die piekten so schlecht. Der snipet der Lauch. Ja, da kommen alle, Digga. Da unten kommt noch Zoe. Links, links, links. Links von dir ist noch nie Zoe. Und jetzt ist sie unter dir. Und tschüss. Ich hab mich, äh, ja, Digga, die sind da alle, du kannst du geil sehen. Nein. Tschüss. Der ist hinter dir. Komm her. Ja, noch vier Gegner. Ach, zehn. Einen geht nur, Digga. So. Lol, hey. Ach so, da ist gar keiner drin. So. 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 Achtung! Ich glaube auch. Ja, Digga, danke, dass mir noch 53 EP fehlen bis Level 27. Ich bin Level 28, muss jetzt auf. Nein, warum musst du immer so früh auf? Ich spiel schon seit 18 Uhr. Oh, ich bin jetzt erst seit halb fünf, Digga. Ja, okay, ciao. Ciao, Bernalchi. Wir sehen, bei uns ist ein Platz frei. Nein, wir sind schon zu fünft in der Party, da musst du keinen einladen. Ja. Wann kommst du? Ja, okay, dann bekommen wir noch 50-50 eine Runde spielen. Ja, ich fährt bis zum Shop. Easy, Digga. Ja. 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 Hast du? Ja. 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 Das ist gut. Ja, ich bin jetzt nicht. Ja. Ich bin jetzt nicht. Ja, ich bin jetzt nicht. Ja. Nein, nicht. Ja, nee, Digga. Absolut. Der ist jetzt erst neun Jahre später gekommen. Nein, der war dann noch nicht auf der Welt. Der ist jetzt erst fast vier Monate alt. Oder der ist vier Monate alt. Vier hunderter Pings, Digga. Ciao, ciao, Leben, Digga. Wenn ich vier hunderter Pings habe, spiele ich auf Asien-Lobbys. Aber nicht auf Europa-Lobbys. Ja, 48 geht. Ich habe 35. Wie mir. So sad. Say man. Ja, say man. Oh, Digga. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr niesen wollt, aber nicht niesen könnt? Beziehungsweise kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr kurz vorm Niesen seid, aber dann doch nicht niesen müsst? Wer kennt das bitte nicht, Digga. Mir passiert das, wieviel es da hofft? Wie soll man niesen, ne? Kann man ja dann nicht. Oh, Scully. Niccoli, Scully. Hahaha. Ja. 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 Das war's für heute. Ich gehe da nie hin, weil ich keinen Bock habe, immer so lange in der Luft zu bleiben. Das bockt sich nicht. Ich habe eine Scar. Nein, ich quitte nie ab, wenn ich eine Scar habe. Wai, 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 der Autofahrer ist mal wieder back in Business, ne, der Taxifahrer. Nein, wieder nicht, ja, tschau lieben. Ja. Nein, sieh mir nicht. Ich will nur bis, bisschen 50-50 spielen, damit ich mal, äh, Kürrequat versuchten kann, Digga. Wenn ich ihn dann abgehend mit Team spielen. Ja, Digga, mir fehlt ein Holz. Ja, okay. Na, was haben wir denn da? Oh, ein ganz leckerer Lutrop, der jetzt weggegart wird. Oh, da ist doch ein Lutrop. Nö, ich habe keine Medics. Ich habe nur zwei Fitness-Shieldness. Du brauchst sogar Biggie. Junge, wo bist du, Junge? Du bist halt absolut kurz. Ey, Digga, ey, ich pushe dich von hinten, Junge. Digga. Wer kommt mit? Wer kommt mit? Wer kommt mit? Wer kommt mit? Von hinten, Fuschen, Bruder. Ja, aber ich habe keinen Bock, wenn jetzt, ja, da kommt schon einer, Digga. Ah, ciao. Komm, da ist einer hinter dem Baum. Okay. Alright, dring- Was für bei mir ist ein Gegner? Was? Wie viel hat der bitte geschluckt? Ja, lass normal spielen. Das bockt dich nur, wenn 50 Leute auf einen drauf gehen. Hussein, komm. Hussein. Ja, egal was, bis Hussein kommt, nochmal 50-50 spielen. Nein, wir müssen die Runde anlässt. Hussein, schon schnell. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Jungs, left it. Left it, my body. Okay. Hussein, komm rein. Nein, 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 nein. Habe ich. Ich werde mir mal. Ich auch nicht. Und du kriegst Mühe in den Nackenschläge. Oh ja, schlag mich. Komm, bitte. Komm, bitte. Schlag mich. Komm, bitte. Schlag mich. Du wohnst auf nicht andere Seite der Welt, Digga. Komm, schlag mich. Komm, schlag mich. Ah, Digga, wo sollen wir bitte landen? Was ist das für ein Schrott? Ich geh zur Retail. Hey, Hussein, wohin gehst du? Gut ist dann hin. Oh ja, ja. Ja, vielleicht. Ich mag mit Jungs abzuhängen. Nee, ich war's, Digga. Ich bin auch schon behindert geworden, Digga. Ja! Was soll ich sonst sagen? Nein! Ja. Kommt drauf an, wenn man Hüsten mitzählt, nicht. Kommt drauf an, wenn man Hüsten mitzählt, nicht. Nein, die labern nix. Der eine heißt Timo. Das ist, nein, einer ist Russe und einer ist Deutsche. Einer ist Russe, einer ist Deutsche. Rat mal, wer Russe ist und rat mal, wer Deutsche ist. Ja. Timo ist. Ja. Und der andere ist Russe. Ja. Und der andere ist Russe. ich sehe dass dein namen am gegenteilstag erfunden doch ha pro aus dem gegenteilstag reingestellt jetzt hast du ihn gecheckt oder muss los ich dachte es immer so Du Goh! Tschüch! Papa, du kriegst keinen Gegner? Ach tschü, wo bist du gelandet? Er ist bei Rennstrecke gelandet, Junge. Ja, danke, dass ich jetzt alleine bin, Bruder. Oh, Timo hat einen geholt. Ja, tschau, Leben, Digga. Ich bin Gegner, Seite. Und ich bin alleine. Ja, Digga, ich bin so tot. Und du Haar, Ivan, kriegst müde Nackenschläge. Und im Beifahrer sitzt eine Abgesiegte. Ich komm auf die Bühne. Ich bin so tot. Oh, ja, ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Und ich bin so tot. Ach so. Ah, ist doch knapp dran, ne? Ich bin ganz knapp dran. Ja, ich bin tot, Digger. Hier ist ein Gegner. Ihr seid bei Tiltz. Ich bin bei das hier und Gegner-Seite. Aber der ist No-Skin. Den hole ich easy. Wenn von hinten keiner kommt. Ja, da wird Pumpt, weil es doch geht, Digger. Wo ist der? Ah, da. Oh, was hat der bitte für Loot? Bruder, warum hat der bitte so einen Loot, Digger? Da sind Gegner-Jungs, kommt mal bitte, macht mal, macht mal Ehrenmann-Move. Kommt mal zu mir, Digger. Ja, ich gehe von hier rüber. Ich gehe jetzt mal auf unsere Seite. Da sind wenigstens ein paar Teammates. Ja. Alter, mein Loot ist so krank, Junge. Was habt ihr so? Ich habe eine Scar, eine Heavy, eine Digi-Jugger, Jackson-Bexen-Dexen-Echsen und eine Sniper. Jackson-Bexen-Echsen-Dexen. Ja. Halb-Aner, Digger. Der Halb-Aner ist tot. Ihr seid alle tot. Jungs,她 mal zu, wo sind die? Oh, Maschallallah, Bruder. Ja, Bruder. Einer bricht. Was ist, Marker? Warum pushen die bitte? Hallo, ich bin der coole Junge. Du stexst? Barschallallah. Barschallallah. WM-WM-WM-WM-WM-WM-WM-WM-WM-WM-WM-WM-WM-WM! Wie schon, wie schon? Okay. Stop. They go. Hä? Wo ist der, digga? Aha. Okay. Ich hab 600, digga. Wie viele Kilds hab hier? Timo hat 2, ich hab 3 und die anderen beiden haben 0. Ja moin, ich bin jetzt normal. Okay. 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 Ich weiß nicht. Ja, okay. Ist die Briggs? Hier landet ein Squad noch. Ich geh doch zum L-Haus. Kommt mit zum L-Haus. Ja, wir hören dich. Ja, ich bin da. Timo, ich bin bei dir. Hier, ich hab mal die grünen Eier unten abgehoben. Okay. Vor uns im Haus, bei dem großen L-Haus ist einer drin. Lass die mal pushen gehen. Komm. Chill ich kurz rein. Ja, ich hab geworfen, aber da ist einer drin. Ich guck da unten. Ja, tot. Ja, hintere Briggs sind welche. Hintere Briggs sind trotzdem welche. Da. Nein, kommt mal zu mir hier bei Briggs. Da, vor mir drehen. Ich push mit deinem Bruder. Hüseyin kommt auch mit uns. Ihr beiden lenkt die ab, okay? Der Obere ist One-Hit, sein Vater Hüseyin. Der ist so One-Hit. Ja, okay, klasse. Digga, du musst nicht bauen. Hier ist keiner mehr. Ja, nein, da lag Medikid. Da lag doch noch Medikid Hüseyin bei dem einen. Jo, guck mal dein Leben an, Junge. Ich... Oh, Bray, ich wollte die Pump. Ich brauch eine Pump, Digga, sonst hab ich gar keine Nahkampfwaffe. Okay. Ah, hier ist eine, hier ist eine. Ich brauch's auch keine. Hier. Zwölf. Mehr hab ich nicht. Da ist noch einer. Ey, Jungs, lass für mich den Kill, bitte. Mach's nicht so'n ehrenlosen Move. Timo, bitte. Ehrenmann, Digga. Timo, bitte. Ehrenmann, Digga. Timo. Timo, komm, ich hab was für dich. Timo, da liegt was für dich. Komm, hier. 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 Da. Da, hinter dir. Da, das ist ein Till. Das ist ein Till. Das ist ein Till. Ja, ich höre, ich glaube, irgendjemand spielt mit Fernseh-Sound, Digga. Hüseyin, du spielst mit Fernseh-Sound. Digga, irgendjemand spielt mit Fernseh-Sound. Kommt, das fackt übelst ab. Ich höre mich so krass doppelt, Digga. Ja, jetzt geht's wieder. Oh, Infrarotwaffe. Oh, bla bla, ja. Oh, ne Kiste. Boah, haben die abgehört, Digga. Oh, Midi, das brauche ich sogar. Hallo, Hüseyin. Ah, jetzt höre ich dich. Ich habe von Retail-Schüsse gehört. Und die ballern immer noch mit Sniper. Jungs, kommt mal. Dort, direkt vor uns. Ja, Jungs, direkt vor uns sind Gegner. Hat ein 37er-Hit. Ja, egal, wir pushen die jetzt. Und die kann es nicht mehr an. Ja, geht's! Na, ich bin ein! Ja, geht's! Oh, das ist jetzt. Und die kann es nicht mehr aus. Huh? Okay. Dicke, was sind das bitte für Schwitzer? Bruder, was sind das für Schwitzer, Junge? 8 HP! 9 HP! 10 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 HP! Untertitelung des ZDF, 2020 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 war absolut schön doch noch also du kannst jetzt lange spielen bis wenn die alle aufgehen ich liebe dich dicker ja ich habe hier das warte ich komme ich komme bei briggs Der obere Loot gehört mir, die hab ich gekillt, Hüseyin hier, hier Hüseyin, krieg ich dann ein bisschen Armonie, ja gib mal ein bisschen, der 108, oder nee warte ich brauch auch ein bisschen, warte, hier 54, bitte, ja das Tier 4 kannst du haben, ja ist so Digga, komm, Timo, ich spiel doch noch diese Runde Digga, ja egal Zalo, du bist je besser wie der, da ist ein Slapper für jemanden, oh da WB ist ungelootiert, nice nice, oh hier ist noch ein Biggie, Slapper liegt bei WB, Timo komm, komm zu WB, ich geb die, bei WB, äh, genau da wo ich markiert hab, liegt alles, warte, genau da zwischen dem, Hohlraum da, ein Slapper und ein Biggie, und du musst nach unten, ja, Hüseyin hat zudem sein Werkgewehr genommen, wo ist der verrückt, wo ist der verrückt, Nein, ich kann nicht mehr mitnehmen, Hä, wo ist der verrückt, Hä, wo ist der, bitte verrückt, Der, der wurde doch gerade rausgegangen, ist der Russe da, Gegner, wir stehen genau hinter dir, Digga, kann ich schnell bauen, Ich hab die Highgrounds, Hab den, dem seine teammates kommen aber noch, Doch nicht, Ich geb mal die Minis bitte, Einen, einen nur, Und vielleicht bisschen Mets, Ja egal, dann lass, Dann noch Snipermoni, weil ich hab eher Jagdgewehr, Ja, Ja, okay, warte, ich komm, Ehrenbruder, Let's go, Ja, Ehrenbruder hat, äh, Ehrenbruder hat, äh, Hüseyin, Digga, Ehrenbruder hat Hüseyin, Ehrenbruder hat Hüseyin, Das, äh, Das, äh, Hä, wo sind dann, Ich komm, Wo bist du? Chill, ich snipe die, lenke die ab, ich snipe die, Oh, der Trampo gesetzt, der ist jetzt hinter uns, Geht ihr auf den hinteren, ich geh auf den vorderen, Der vorderen ist von Hüseyin, Klasse, Der Picklings, Der Picklings, Ich hab kein, Kann ich, äh, Die Picklings nehmen? Ja, okay, Hast du, hast du ein Mini? Oh mein Gott, ich hab jetzt die Millisekunde angehalten, Digga, Ich schelle dich in deine Minis mit, nimm du die, Nimm du die Medis, Püßchen, Bau du hoch, Ich hab ihn, Hüseyin, Kriege ich jetzt mit, Mit Ja, egal, dann kämpfe ich jetzt hier. Oh, das ist ja einer, Digga. Hab zwei. Ich würde nur noch einmal sagen, ich bin schlecht im Snipen. Ich bin schlecht im Snipen. Wenn du gesehen hättest, was ich gerade für Kills gemacht habe, dann hättest du deine Fresse gehalten. Hab ihn. Ich hab, hier hinten war auch noch ein. Oh, ich hab sieben Killsticker. Ich hab einen Kill. Ich geh aber zur Zeit voller. Ich hab drei Medis. Wir packen das easy. Komm. Wow, um zu sehen bei Zilted. Spiel die zu dritt. Spiel die zu dritt. Die sind genau da. Die sind bei dem neuen Haus. Spiel die zu dritt. Ich hab einen. Danke für die Antwort. so jetzt habe ich jetzt habe ich acht kills nicht ich will mein kühlrekord jetzt schaffen digga es gibt noch ein und zwar als 20 gegner ein hat den bonnet habe einen da kommt noch einer von hinten vor mir sind auch welche digga ich hab jetzt habe ich neun kills jetzt habe ich neun kills digga neun kills runter am arsch digga bisschen holt den spaß oben ist noch einer nimm man heavy Was? Ich habe Angst, ob der mich geholt hat. 600 EP, obwohl ich 8 Kills hab. Danke, Fortnite, Digga. Ich spiel jetzt mit euch. Ja, komm, Digga. Doch, der ist gut, der ist übelst gut, Digga. Ja, aber 4 Kills ist besser als 3 Kills. Du hast ihn gestürmt. Ich habe ihn nicht gestürmt. Nein, ich habe es zu ihm gerade gesagt. Digga, Hüseyin, wir haben so gepflegt, ne? Die anderen beiden hatten 0 Kills, wir hatten 8 und 8. Ja, das könnte ich, Digga. Lass wieder zu Tiltes. Zwei Main oben und zwei Main unten. Ich hatte 9 Kills, wenn man den genockt und mitzählt. Oder ne? Ey, Digga. Die erste, die im zweiten gekillt hat, das war Fall Didi, wo ich genockt hab. Tiltes. 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 Yeah, oh, nice. Hallo, wir beide gehen mehr in den Oben, äh, Hüseyin, Timo, ihr geht mehr in den Oben, ok? 14. Aber so ein Freund ist 20, wie viel ist. Jetzt müssen wir es nicht so sagen, von Timo. Digga, dem sein Freund ist 1,94 Meter groß und ist 14 Jahre alt. Und seine Stimme ist, oh, Rhythmus, Alter. Oh mein Gott, ich bin nicht oben. Ich bin beim neuen Holt. Oh, ey, Peggy, Alter, let's go. Was?! Ihr wisst nicht, was der gerade gemacht hat. Jungs, kommt zum neuen Haus. Ich bin da. Der eliminiert mich. Der hielt den Teammate. Ja, da drin. Da. Sehr schön, selber gekült, Salo. Das war eine Scheiße, Mann. Tschö, ich guck ihn schon noch. Ja, ich hab ihn noch bekommen. Schön. Digga, ich hatte nur 8-Kills-Runde und hab nur 600 XP bekommen. Ich hab gedacht, 9. Ja, aber einer war genockt. Donnerstag, um 10.30 Uhr oder so. Also, die kommt auch um 2 Uhr mit dem Shop raus, glaube ich. Was denkt ihr kommt da im Shop heute? Kommt da nicht was Neues? Ja, es kommt das Neues. Irgendein neuer Skin auf jeden Fall. Irgendwas für 800 V-Bucks, was geil aussieht. Ich hab 750, weil ich mich Level hochgepayt hab. Digga. Warte, ich will mal gucken, welches Level ich mich playen könnte. Ich könnte mich alter bis zu Level 66 playen, aber bringt's irgendwie nicht. Ich könnte mich bis zu 28 playen, aber das lohnt sich gar nicht. 28. Dann hättest du diesen Golfball. Ja, aber der ist eh scheiße. Du hast Bockst nicht, Topper, gell? Spielst du den? Ja, hab ich. Das ist so'n Anzeigeberg. Das ist manchmal so. Digga, der hat voll Glück, der hat diesen... Ist das denn schon in der Runde? Nein, das Ding ist doch nicht da. Äh, Ding, äh, bisschen. Ja, aber der kommt, der ist gleich, der muss Fortnite nur starten. Yo, du Lacka, du bist zwei Level vor. Willst du vor dem krassen Tanz? Nein, das ist bei Ding, wie heißt der, wie heißt das Lied von Drake nochmal? Gotts Plan? Nein, 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 das krasse, wo es auch geht alles auf YouTube. Ja, genau. Von dem ist das. Ja, das ist von dem. Nein, das ist von dem, das ist ein Tanz bei Hotline-Bling. Das ist der glitzigeige Tanz. Und Söle, Söle, du hast doch, irgendjemand hat es gesagt, dass dieser Rucksack da, dieser Funker-Rucksack ist doch eigentlich von diesem Rambock-Typen da. Irgendjemand hat gesagt, dass der zu diesem Anfluss-Falke. Funker, warte, wer ist Funker? Hä, der gehört zu Dings, warte, wie heißt der? Kriegsfalke, der gehört zu Kriegsfalke. Ja, und zu Rambock. Äh, nein, der gehört nicht zu Kriegsfalke. Der gehört, der gehört zu Gruppenanführer. Was? Der gehört zu Kupenanführer und zu Kriegsfalke. Natürlich, guck mal. Ja, und zu Rambock. Teil des Hightech-Kämpfersets. Kupenanführer, Teil des Hightech-Kämpfersets. Ja, dann guck dir mal Rambock an. Kriegsfalke, Teil des Hightech-Kämpfersets. Was steht da, Teil des Hightech-Kämpfersets? Ja. Ja, stimmt. Ja, aber bei dem hat man uns sehr erkannt, weil es ist ja halt die gleiche Farbe und so. Alter, diese eine Frau, da gehört zu keinem Set. Diese, ähm, Lehrerin da. Die wird eh keiner spielen. Guck mal, wie hässlich die ist. Ist so, die sieht irgendwie, ihr Gesicht ist voll scheiße. Bruder, was? Warum machen die da bis hier so einen Huch und so einen Brüdetran? Ist so, was soll es da geben? Scheiße. Guck, Salu, bei Level 12 gibt es den Spray-Boogie. Bei Level 12 gibt es den Spray. Und Salu, warte. Salu, ich habe eins. Ich habe 26 Scans. Ja, Jake hat sich ca. zwei. Habe ich. Warte, ein. Es ist ein. Nein, ich habe noch nicht mal 50.000. Ich kenne einen YouTuber, der hat den Level 100 Skin Ragnarok schon auf Level 5. Also der ist schon normales Level 60. Ich will, es gibt einen, der ist noch höher wie der. Wer? Ninja. Keine Ahnung. Ich habe im Vorfeld von Glück gesehen, der ist Level 72. Salu, ich guck mal, Ninja ist locker schon Level 80. Nein. Was? Was laberst du? Was für Ninja? Aber Milch. Nein. Die sind doch jetzt. Junge, die Season hat vor, keine Ahnung, drei Tagen begonnen. Ich glaube, wir sind jetzt schon Level 80. So viel, wie die suchten. Und wie viel Wunsch die holen. Das ist aber nicht. Ninja ist im Urlaub, Alter, glaube ich. Aber müssen nicht. Dieser eine Typ, dieser Doom-Clan-Typ, den, wo du mir gezeigt hast, wo Level 60 ist, der spielt einfach nicht mal mit Kampf-Bro, der spielt mit Old School. Darf der doch, wenn er gut ist? Ja, aber ich, der, 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 der baut zu, der baut zu rennt, man leid, ich hasse das. Der Typ, wo Level 60 ist. Ja, aber trotzdem ist der, der richtige Apple-Red-Spieler, ich hatte. Trotzdem ist er besser wie wir. Ich versuche da immer so richtig sauber zu bauen, äh, sauber zu spielen. Und der ist ein dicker, absoluter Erzeuger. Nein, Old School, meine ich. Ui. RIP my life. Was? Er geht nur auf mich? Er geht nur auf mich? Was? Er geht nur auf mich? Bist du fließt, Alter, ich brauche abzutut. Wahrscheinlich sieht er mich. Salo, bitte. Ich kann nichts machen, ich habe mich selber berühmt. Warte, ich komme zu dir, warte, ich komme zu dir. Ja, das nächste Runde voll auf den Weg. Salo, geh einfach ins Außenrum und zieh mich da an. Ich versuche das. 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 Salo, eliminate den. Was? Nee, ich warte jetzt, bis der gekillt wird. Oh mein Gott, ich habe den einen einfachen Kitz in den Headshot gegeben und der geht. Ja. Zwei Kitz. Ich krieg einen Anfall, Alter. Wo sollen wir hin? Richtig auf Ruhen gehen aber diesmal. Palettenland. Lass Palettenland gehen. Anachi gibt es ja nicht mehr, Digga. Was findet ihr, dass es Anachi nicht mehr gibt? Scheiße. Ladytown ist nicht mal so geil wie Anachi. Ist nun der Lampen viel zu viele. Es gibt keinen. Es hackt mich irgendwie voll ab. Anachi muss wie... Anachi war viel geiler wie Ladytown. Ladytown ist schon geil wegen diesen ganzen Karts da, aber sonst fahre ich da gar nicht. Da gibt es nicht mal... Du kannst da schon geile Kielrunden machen, aber... Da gibt es nicht mal Loot. Der Loot da ist... Ja, als erster Typ weiß wie... Ich bekomme da gefällt jede Runde in den Sniper. Ich bekomme da gefällt jede Runde in den Headshot getrückt. Blöde ist, ich bekomme jede Runde die Sniper als erste Waffe. Dann muss ich gegen immer wegen Mähter mit den Dunkelgörtern. Ich fahre, ich sag mal. Palettenland ist hier. Oder Junk. Junk kann nicht aufnehmen. Ich geh zu diesem Dildo. Oh, die ist ein Dildo. Ich nenne es... Ich bin set und habe immer so gemacht. Ich habe diese 2er Reihe genommen, er hat die 3er Reihe genommen. Und danach holen wir immer 2er Platz. Ey, ich hab... Ich hab heute mit einem 100er Ping mit Silas einfach einen Ring geholt. Das war so geil. 100er Ping ist nicht mal so krass, Digga. Ja, ist nicht krass, aber... Ich hab mit einem 300er Ping auf Asiens Server... Es ist eine Veränderung, wenn du normalerweise mit einem 30er Ping spielst und jetzt ein 100er hast. Ich hab mal mit einem 300er Ping gewonnen, Digga, auf Asiens Server. Auf Asiens Server, aber ich musste auf... Wir haben auf Europa-Server gespielt. Digga, Europa-Server waren heute Mittag so überlastet. Digga, bei meinem Cousin, bei Arda... Ich hab bei dem Europa-Server gesucht 600 HP. Ich geh dahin, wo ich markiert hab. Ich geh dahin, wo ich markiert hab. Oh geil, Trommelgum. Deine Lieblingsmacht, Alter. Das nennt man Trommelgum, nicht Trommelgum. Ich nimm die Trommelgum. 18. 18. Ist bei euch immer. Sind bei euch Gegner? Äh, seit Season 1. So wie ich denke, bin ich. Aber erst seit... Ein Job erst. Mhm. Also dann geh ich nie auf den Runden. Bin immer auf den Ikees gegangen. Immer zählt seit jeder Runde. Deswegen hab ich... Deswegen hab ich... Ich hab auch deswegen ne schlechtere Dings. Äh... KD, Digga. Bei Solo hab ich zwar ne... Ja, bei Solo hab ich ne 1... Bei Solo hab ich ne 1 1er KD, aber bei Squad und so hab ich voll die schlechte KD. Ich geh halt immer nach Tilzl. Weil ich wollte dich auch mal nach Tilzl. Weil ich wollte dich auch mal nach Tilzl. Was bevölkert wurde, wenn ich da immerhin... Konnte man gut die Käse machen, muss man aber auch oft gestorben. Was steht da eigentlich drauf? Da steht gar nicht drauf. Die machen nur Rette die Weltwerbung. Nein, da steht irgendwie... Go for... Go for... Irgendwie scary. Jungs, ich geh mal zu der Mini-Dings. Ich geh mal zu der Mini-Dings. Ich geh mal zu der Mini-Dings da drüber. Ich und... Ich und Zelda haben immer so gemacht. Von Paletten an Til rüber. Von da da rüber. Von Schiff, die dann hier zur Brücke. Lass ja, aber wir sind leider nicht... Ja, leider. Serac. Ey, Solo, geh du mit dem anderen... Mit Timo zu der Brücke und wir bei dir gehen da zu der kleinen Stadt, okay? Ja, moin, wir treffen uns. Wir treffen uns hier genau in der Mitte. Bei dem Fettbaum. Beides. Ja. Ja. Ja, ich auch, aber ich hab's grad vergessen. Ja, okay. Ninja, äh... Müsst, eine Runde ist jetzt fertig. Mal gucken, welches Level der ist. Ich bin noch nicht mal da. Höchste, hat schon alles gelootet. Kann man mal machen. Was? Das ist... Welches Level ist denn? Das ist Level 36. Ja, guck, sag ich's doch. Milf. Ich hab echt mehr erwartet. Wie muss dieser Doom-Typ da dann... Hier liegt ein Biggie. Timo, hier liegt ein Biggie. Ey, Solo, wie muss dieser Doom-Typ da dann reinsuchten mit seinen Freunden, ne? Junge, der suchtet halt extrem rein und holt nur Wins. Wins bekommst du 1.000 XP. Wohin, der suchtet, glaub ich, der suchtet seit diesen Dings, äh, 247. Hab ich das Gefühl. Ja, ich auch. Seit gibt's nicht. Ja, kenn ich. Das Game ist du. Das Game ist du. Das war ich am meisten. Ja, ich auch, äh. Oder immer, wenn der so einen trollen will, aber selber dann gequillt wird. Digga, wie immer so ansagen, die sich dran, die so... Ja, Digga. Und danach kommt der immer so voll behindert in die Kamera rein, Digga. Hä? Ich guck den gar nicht so. Ich guck immer Ninja. Ich guck... Ich guck gar keine Twitch-Shift zurzeit. Ich guck gar keinen YouTube zurzeit. Ich guck gar keinen YouTube zurzeit. Hüßchen, gib mir mal Sniper-Money. Ich guck immer Eid-Ladi. Komme. Hüßchen, komm auf Flutbaum. Hüßchen, auf Flutbaum, dann haben wir Heid-Lamper hoch. Hüßchen, komm auf Flutbaum, dann haben wir Heid-Lamper hoch. Hüßchen, komm auf Flutbaum, dann haben wir Heid-Lamper hoch. Dann haben wir Heid-Lamper hoch. Hüßchen, komm auf Flutbaum. Hüßchen, komm auf Flutbaum! hallo habe ich ja ich bin genockt ja deswegen gewählt damit die sich nicht ja warum sagst du dann zu mir dass der one hit ist habt ihr die haben wir dann hier mal wer gibt mir da rocket ja ich kann es in meine dann gefällt keine ich kann mir geben vor hüten von hinten Timo, bau Salu, hiel du nicht Boah, Digga Dann, Hüschen, was hast du für Aim? Salu, hiel, das checken sie nicht Wenn du mich hielst Das checken die Timo, hiel du nicht Timo, bau doch Bruder Digga, die gehen ja absolut auf mich Digga Das nächste Mal hiel ich auch niemanden mehr Boah, einer Das war's Okay, fiel ich nicht Den Timo, das ist no hand, den musst du killen jetzt Was? Was? Was hatte der für Aim? Ja, Digga, wenn man mich baut Ich hatte keine HP Die haben gespammt wie irre alter mit Minigamen Granaten Was ist los mit denen? Ich geh wieder da, wo wir grad waren Palettenland Ja, da haben wir jetzt nicht wirklich was gerissen Ja, doch, 10. Platz Was auch? Ja, doch Hab ich nicht Ja, die gibt's nicht mehr Weil die ab jetzt unselten ist Ich seh keine roten Rötterin Weil die auch keiner mehr benutzt Ja, deswegen ist sie ja nicht unselten Äh, deswegen ist sie ja selten Ich guck jetzt die Econ an Und will gucken, welches Level der ist Tfu, weil der ja kein Back gepasst hat Auf dem Account Weil dem sein Account permanent gebannt wurde Und No Skin Up jetzt immer spielt Und keine Sachen kauft Ist der nur Level 23 Doch, der hat sich einfach Sexy Schrecklage gegönnt Und halt noch ne Pigex Nein Tfu Der hat nichts auf dem Account Der ist face-free Dieser blonde Typ Dem sein Account wurde permanent gebannt Der, wo so geruscht war Ja, der ist besser wie Ninja Der ist auch besser wie Ninja Kennen wir wen? Ja, Nick E Ja, Nick E Ich guck den nicht an Aber, Digga, der ist voll Der kann nur schnell bauen Nick E hat 30 Ja, genau Ja, der Jungen, der ist richtig krass Weil Nick E H 30 Ich schwöre, der ist krass Junge Ich schaue PC-Spieler Bei PS4 PS4 schaue ich Digga, ich hasse PS4-Spieler Ich hasse Apparente Der spielt immer so scheiße Der sammelt den Luki auf Und der sortiert sein In der Kanin Das fackt mich so ab Jeder geht ins gleiche Haus Wie gerade eben Ja, ich gehe wieder Bis zum nächsten Mal Das fackt mich so ab